Hi, wir sind hier heute auf einem russischen Litärgelände. Es hat eigentlich schon fast die Dimension von so einer kleinen Stadt. Und beim Betreten haben wir doch tatsächlich den Fritz vom Kanal End of the Combo-Zone getroffen. Kommt einfach mit auf diesen spannenden Trip. Ab geht's. Platzierschein. Wo möchten Sie hin? Platzierschein. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So, das war's. Wir sind durch. Es hat einen Riesenspaß gemacht, das Gelände zu erkunden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis bald. Hat mal jemand die Lampe? Ja, Moment. Du Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.